Easy peasy, Seifenbläschen und Procreate. Hau erstmal zwei Farben ins Bild und verblende sie mit gauscher Unschärfe. Wähle als Zeichenhilfe die Symmetrie aus, male ein rundliches Herz in die Mitte und verweile mit der Spitze auf dem Tablet, damit das Herz ebenmäßig wird. Fülle es mit einer Hintergrundfarbe, pack eine Alphasperre auf die Ebene, jetzt kommt wieder die gausche Unschärfe, fahre so lange von links nach rechts auf deinem Tablet, bis du zufrieden bist, male auf der nächsten Ebene kleine Würstchen in das Herz und ihr wisst schon was kommt, verblende sie wieder mit der gauschen Unschärfe, so weit wie es euch gefällt. Auf einer neuen Ebene malt ihr weiße Highlights rein und verblendet sie auch wieder mit der gauschen Unschärfe. Fügt die Ebenen zusammen und dupliziert die Seifenblasen so oft ihr wollt. Ich habe bei manchen auch noch die Deckkraft ein bisschen verändert, damit die Seifenblasen auch durchsichtig aussehen. Speichert euch das Video für später.